Ist das Buch fertig? Ich glaube, es ist fertig. Oder er geht einfach nur schlafen, je nachdem. Naja, er wird schon wissen, was er tut. Glaube ich. So, gut, dann... Ja, komm, hier, Hausarbeit und so. Der Hund, der Köter, der mir in meiner Zeitung... Ey, du kleines Katzenviech. So, los, Terrorkatze. Nein, 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 bleib hier. Terrorkatze, Terrorkatze. Nein, ich wollte sie doch verscheuchen. Ach, verdammt. Ihr seid schuld. Ich helde mit dir, Zuschauer. Äh. Oh, Mann, so. Komm, ich spiele jetzt vor. Oh, für mitzwillen, habe ich irgendwas genommen? Ich weiß es nicht. Hm, Kakao getrunken, reicht das? Reicht es, dann Kakao zu trinken, um benommen zu sein? In welchem Universum? Okay. Ja, hallo, ja, los. Super schnelle Zeitangabe und so. Der Eismann in der Nacht. Weiß nicht, irgendwie nachtaktiver Eismann. Ich verstehe die nicht. Was ist denn jetzt? Sozial? Och, Katze, überlebst du schon. Stirbst schon noch nicht. Aber die Katze auch in mir leben, ne? Katze, du kratzt, als gäbe es kein Morgen. Weißt du das? Und, Jamie, go, go, Jamie, Jamie, vollkommen ausgeruht bis... Komm, mit Schluss. So. Jamie, aufstehen. Jamie, du kümmerst dich jetzt um das Katzenfies und stirbt das noch. Äh. Pflege kannst du nicht. Äh, Tier hochnehmen kannst du aber. Zuneigung, Leckerchen geben. Zuneigung, streicheln. Zuneigung, reden mit. So, dann kümmer dich um das Viech. Was haben wir jetzt hier? Ein Gericht zu bereiten. Nochmal. Okay. Äh, dann könnte sie das Frühstück machen. Pass auf. Äh, Frühstück servieren. Waffeln. Machen wir Pfannkuchen. Die Idee finde ich gut. Er schläft noch, hat aber Hunger. Also, Jamie, los, worauf alles du? Koche für deinen Mann. Ja, es ist ein Wunder. So. Keks, kommst du wieder zurück? So. So, habt euch lieb, habt euch lieb und tralala. Habt euch im Turbo gangen. Und dann los, koch. Hui, Blitzkoch, Blitzcooking. Oh je, die Rechnungen. Ja, hier hast du es. Wie viel haben wir eigentlich? 16.000 wieder. Oh, wir könnten uns bald was leisten, wa? Los, Jamie. Was war das denn gerade für eine Stimme? Halt. Jamie, du machst jetzt... Nein, 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 Jamie. Du machst jetzt... Haushalt zum Essen rufen. Nee. Nee. Du gehst jetzt... Nein. Du gehst jetzt alle zum Essen rufen, du. Geht die sich jetzt einen zweiten Teller nehmen? Verstehe ich nicht. Was macht der? Nimmt sich einen Teller. Und sie? Noch einen Teller nehmen. Hä? Sie geht jetzt... Hier essen. Verstehe ich nicht. Schlau. Du... Isst doch... Epp, 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 Teller nehmen. Du Depp. Brilliantes Gemälde malen. Das kann man ja stattdessen wegmachen. Etwas kaufen und wo anschreiben. Na, wir warten. Was hat er noch? Baden. Baden. Wir sind da... Oh, nö. Seine Hygiene ist doch häufig gut. Den Wunsch erfülle ich mir noch nicht. Da warten wir ab. So, Katze lebt. Katze lebt. Ein Traum. Muss... Muss sie heute raus? Warte, war nicht heute irgendwas von... Pass auf, von 15 Uhr, ne? Sobald es 15 Uhr ist, gehen wir jetzt aber diese dämliche Impfung bekommen oder abgeben oder wie auch immer. Nicht beim Essen reden. Man verschluckt sich sonst, liebe Damen und Herren. Nee, eher Damen. Ui, ähm, so. Warten jetzt. Ach, ja. Stell einfach hin. Gesundheit. Äh. Leute. Du gehst jetzt mal auf die Toilette. Ähm. Flimmt er das mit? Ja. Du gehst auf die Toilette eher. Toi, da musst du auch hin. Gehst dann mal auch auf die Toilette. Ich hoffe, dass Jamie bis dahin fertig ist. Jamie, schneller. Jamie. Jamie, schneller. Ja, reg dich nochmal ganz kurz auf. Und jetzt geh los. Aufs Klo. Jimmy, geh aufs Klo. Jimmy, geh aufs Klo, Klo. Geh aufs Klo, Klo. Die ist mal weg da? Danke. Ach, jetzt guckt die Dimmer auch noch zu, ja? Hier, so schöner Blickkontakt oder was? Hier gerade der Blickkontakt oder wie soll man das sehen? Ne, 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 Freunde. So geht das aber nicht. Das ist schon un, ne, ne, unethisch. So, schreiben. Ja, sie, TV-Unstand, weiterschreiben. Okay, war noch nicht fertig. Hände waschen danach. Ja, sie, TV-Unstand, weiterschreiben. So, sie macht jetzt was. Ich weiß gar nicht, was ich mit anfangen soll eigentlich. Vielleicht den Mächtel mit Jimmy. Ne, darauf soll sie warten. Ach, sie will verliebt sein. Ach, ist doch es goldig. Pech. Äh. Wäre die so nicht irgendwas machen? Hier hingehen. Hier hingehen. Muss ich heute raus? Also zur Arbeit oder so? Äh. Ne, er ist heute frei. Hm. Zwischen 15 und noch was Uhr. Ja, hier, dann geh solange Fernsehen. Ich weiß nicht. Geh solange Fernsehen und sei glücklich damit. So, dann würde ich einfach sagen, schwimmen wir die Zeit ein bisschen vor, ne? Jimmy hat Wünsche ohne Ende. Und Jamie, ja, ich bin am Wunschluss glückliches Kind. Und ich denke mir nur, ist nicht dein Ernst, du lügst, du lügst, du lügst. So. Jimmy, schreib dich fit und... Sehr schön. Sehr schön. Und, äh, Jamie, was macht ihr eigentlich gerade? Guckt Fernsehen, okay. Ich warte auf, dass es 15 Uhr ist. 14, 14, 14, warte, ich hab's gleich. 15, ne, noch nicht, aber gleich. So. Warte, so. Jetzt aber. Wo war diese komische Fakultät? War das nicht hier? Achso, Filter, ne? Keine. Huch, achso. Äh, ne, alle. Geht das jetzt? Na also, es geht doch. So, Jamie, dann geh mal impfen. Wissenschaftler impfen. Bitte, geh den Wissenschaftler impfen. Wer ist mit Auto oder mit Fahrrad? Interessiert mich jetzt. Wer ist mit Auto oder mit dem Rad? Das will ich wissen. Umweltschädigend oder Umweltschutz? Äh, nicht gut. Oh, umwelt, umweltbelastend. Das hier sich nicht schämt, sag mal. So. Er hat keinen Spaß. Ich verschreiben muss, aber Spaß machen. Es ist doch total erfreulich, sich Geschichten auszudenken und sich dann an deren Lebensweisen zu erfreuen, die man sich selber ausdenken kann. Hilfe. Ich meine, was haben die Leute in der Steinzeit gemacht? Ach, die haben sich auch die Köpfe eingeschlagen und dann... Ich hab Kopf einschlagen. Ich glücklich. Fertig. Echt total toll. So. Was denn jetzt? Schlimmer werden. Ja, aber du sollst weiterschreiben, ne? Ist ja klar. Schreiben. Wie heißt ich, die Freundschaft weiterschreiben? Du gehst ja jetzt nicht weg. Du machst das schön weiter. Also ich glaub ja, aber das machst du fertig. Hallo? Wirst du mich ärgern? Du sollst das weiterschreiben. Äh, schreiben. Die ASIC vorhin schon weiterschreiben. Die ist jetzt wohl schreiben, sag mal. Madame. So, sie ist den Wissenschaftler impfen und Spaß haben. Aber nicht rumdaddeln mit dem Wissenschaftler, ne? So. Hä? Ah. Komm. Der hat keinen Bock da drauf. Kann das sein? Der hat keinen Bock. Ich glaub's nicht. Dann spiel halt. Äh, Fantasy. Dann spiel. Was siehst du von deiner Katze, Kollegin? Die ist doch so... Weiß nicht. So, Spaß nimmt zu. Ja, dann spiel halt mit deinem virtuellen Reality-Coolsein-Helm. Hä? Uh. Wow. Tschu. Werde ich es schaffen, die magische Axt zu bezwingen? Ja. Das erste Kind bekommen. Oh, das erste Kind bekommen. Hm. Komm, hau weg. Komm rein. Du, du. Sehr schön. Wind von Jamie und ihre gute Arbeit zahlen sich endlich aus. Sie hält deine Geheizung von 19 in der Stunde. Ja, aber... Wurde sie damit befördert? Nicht wirklich, ne? Schade. Erste Kind bekommen. Ja. Die wollen ihr Kind bekommen. Ich würde den Traum vom Kind eigentlich auch ganz gerne erfüllen, aber eigentlich nicht so. Hm. Wurde es? Lass das mal. Jetzt gehst du trainieren. Normales Training. Richtiges Tempo. Hä? Äh. Der Troll ist gern bereit, den Weg über die Brücke frei zu machen. Aber nur gegen eine Belohnung. Wie soll Jimmy seine Gefährten ihn rüberkommen? Bezahlen. Seid freundlich zu dem Troll. Bezahlt den Troll. Auch Trolle müssen von was leben, Leute. Auch Trolle. Leider ja. So. Kommt ihr nach Hause? Macht ihn jetzt. Sitzen und... Lesen. Kommst du mal nach Hause? Sag mal, Mädel. Willst du wohl nach Hause kommen? So, ich würde sagen, wenn die zu Hause ist, geht die pennen. Hat ja eh nichts mehr zu tun. Kann sie schlafen gehen. Während er hier sein absolutes voll tolles Training hier absolviert. Wow. Zoom. 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 Das nenne ich aber Geschwindigkeit. Stockelt zwar ein bisschen, aber Geschwindigkeit. Ist gegeben. Seine Hygiene nimmt ab, ne? Wenn er nur ein bisschen Energie hat, geht er vorher nochmal schnell duschen. So viel kriegen wir noch hin. Zoom, 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 zoom. Oh, muss ich schon wieder weg? Kann mal gucken, ob sie aufsteht. Wenn sie aufsteht, ist okay. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann halt nicht. Das sehe ich nicht ein, Leute. Ah, zur spätste Arbeit gekommen. Wie, jetzt? Sie sollte echt weg? Ist. Dann los. Steh auf. Jamie, du musst ins Krankenhaus. Leider. Oh. So. Zoom ersetzt. Ähm. Wie lange muss er jetzt trainieren? Trainiere mit Hilfe der Stereoanlage oder dem Fernseher. Joggen, schwimmen für circa 30 Minuten. Aber er trainiert doch hier gerade. Mehr 30 Minuten, glaube ich. Komm. Powerwalking. Powertraining. Please make the power training. You have to train, my dear. So. Dumm. Hast du eben Level 5 erreicht. Sehr schön. Hä, das geht trotzdem nicht weg. Warum nicht? Trainiere mit Hilfe der Stereoanlage. Ja, dann machen wir halt als nächstes mit der Stereoanlage trainieren. Von mir aus auch so. So, kommst du jetzt nach Hause? Ich glaube, ne? Ja, ging aber flott. Boah, was du dann machst. Ich glaube, die geht dann futtern, ne? Dann kannst du... Reste essen, Makaroni mit Käse. Das gleiche macht... Nee, Jimmy geht dann erstmal duschen. Nein, warte, warte, warte. Jimmy hatte den Wunsch vom Baden. Ach, der hat sich vielleicht nicht schade. Dann kann er jetzt duschen. Und wenn er geduscht hat, holt er sich ebenfalls Makaroni mit Käse. Gibt's die jetzt eigentlich noch? Oh, ja. Oh, Gott. Nya, 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 nya. Oh, Junge. Oh, Junge. What the hell? Gehst du wohl weg? Alter, singt der laut. Was willst du denn jetzt? Gehst du wohl nach Hause? Sag mal, gehst du wohl nach Hause? Hörst du wohl auf zu singen? Alter Schwede. Immer dröhnt mir das ins Ohr. Oh, wusch, ich so wut. Jetzt sehen wir mal was futtern. Mann, ist doch ganz schön alleine. Handrein hast du auch. Ja, hier, gehen wir auf Toilettchen. So, Jamie geht dann, würde ich sagen. Was hat sie denn vor? Ich würde sagen, die geht dann nicht schlafen. Ja, erstmal einräumen, ist klar. So, und danach geht sie schlafen. Jimmy geht jetzt was futtern, richtig so. Ah, okay, verdorbenes Essen kannst du natürlich auch wegschmeißen. Der Kuchen war verdorben, oh. Heul nicht rum. Ich bin sehr, sehr freundlich. Du stellst jetzt nicht wieder hin. Alter. Komm, aber in den Mülleimer. Genau, gib die Jimmy. Pack dir in Jimmys Inventar. So geht's auch. So wird man schmutziges Gesch... So wird man verdorbenes Essen aufgelöst. Steck's einmal... Mach ich auch, also, weißt du, wenn ich so einen alten, labbrigen Kaugummi in der Hosentasche habe, ich steck ihm einfach jemand anderen rein. Völlig normal. Ich moin, das würde ich nicht machen. Mein Problem muss eher mit klarkommen. Ach, Leute. So. Komm, gib Gummienfutter schneller. Hui. Warte, sind die frisch? Sind die frisch? Nein. Werner. Ja, heul nicht rum. Jetzt geh hier schlafen. Hast du ja irgendwo auch verdient heute. Aber nur ein bisschen. Hä, jetzt will er doch baden. Hä? Och, Leute, ihr könnt nicht. Jetzt will er auf einmal doch baden. Das sehe ich gar nicht ein. So, komm. Wusch. Kätzchen ist auch versorgt. Komm, klein Kitty geht auch nochmal schlafen. Und dann können wir die Aufnahme auch beenden. Komm, Kitty, Kitty. Kitty, 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 Kitty. Wir schlafen. So. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal bei Sims. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Arrivederci. Tschüss. Ciao. Tata. Was soll ich ein Gruß sagen? Bis dann. Tschüss.